so leute schaut mal was ich hier habe und zwar wollte ich ein bisschen mehr sound aus meinem auspuff raus bekommen weil der wagen hat zwar 220 ps ist auch ein sechszylinder aber die auspuffanlage ist halt ja nicht so der hit und jetzt ausbauen und in den größeren dran möchte ich nicht weil ich halt alles original lassen möchte deswegen teste ich heute dieses teil hier und jetzt gucken wir mal wie man das ganze montiert und dann gibt es gleich den soundcheck also leute hier ist das teil noch mal und ich glaube man macht das jetzt einfach hier rein ich nehme mal die seite hier oder ich nehme mal lieber doch die hier steckt das rein schraubt das zu soweit so gut genau und jetzt gucken wir mal was das ganze bringt also leute und was sagt ihr jetzt zu dem sound wie klang das für euch schreibt es mal gerne in die kommentare ansonsten ja würde ich gerne noch wissen was es sonst noch für optionen gibt wenn der ein oder andere schon mal was getestet hat bei dem teil ist es eher so dass es pfeift anstatt dass ein cooler sound dabei rauskommt deswegen ich bin gerne mal auf euer feedback gespannt und ansonsten bis bald zusammen